gold ist doch gold wert so leute willkommen zur nächsten folge von unserer minecraft überlebensserie da irgendwann zu 900 häuser und haben davon gefehlt wir haben jetzt hier einfach schon zwei häuser gebaut machen wir dann so große und dann wird es so ein dorf ach du heilige ja hier ist pazifik es muss aber zur hälfte 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 der wegen die branchen und so geil aus und hier ist so dunkel blau unter uns das ist aber nicht direkt im tempel sondern irgendwelche anderen strukturen ich glaube jetzt schon bei einer korallenwelt perfekt ja so hinter uns ist dieses riesige dorf und da unten ist eine wasserschlucht nein 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 was nein aber ich habe aber ja siehst du das schon mal jetzt im wasser siehst du das also nicht die schildkröte sondern diese wasserschlucht schon mal da wo ich hinschau ich gehe nach unten hier ist hier ist so eine kreuzung hier geht es einfach runter ich bin tot 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 ich bin so ich bin da unten ich bin da unten reingegangen da waren irgendwie drei zombies vier skenetze und da unten war einfach so ein creeper ja schellette sind so schwach hast du diese ganze zombies nicht so interessiert Ja, und da war einfach so, da ist noch ein Creeper, da ist noch ein Co-Bug. Ey, geht hin! Ey, ich bin auf das Rot angefallen, ne? Ja, und du bist genau vor dem Creeper. Ich bin tot, ich bin tot. Ich habe ein Herz und ich habe nichts zu essen. Zu gefreundet. Ah, du bist genau bei... Eieiei! Ist das Slime? Ja... Ah, ne, ist... Können wir... Ich habe gerade Gold gefunden, dahinter war eine Eisenquelle und dahinter war eine... Warum? Das sollte ich nicht! Das sollte ich... Dahinter war einfach eine Eisenquelle und dahinter ist eine Redstone-Queile. Hier ist nämlich eine zweite Schlucht. Mit einem Creeper und direkt einem Emerald. Hier ist direkt ein Emerald, das muss doch was Gutes heißen. Oh mein Gott, ich bekomme so Fischer. Ey, ja! Wieso? Wieso? Nein, nein! Wie falsch ist, ne? Komm her! Ja! Okay, chill! Ich kann da nicht hin. Schau es, ja! Hör auf! Hör auf! Ey, hör auf! Och wie! Ich habe drei Herzen! Ey, was machen wir hier oben? Falsches, wir suchen da oben! Ey, da oben, da oben, da oben! Ich muss jetzt nicht mit Kuchen weg! Echt? Ich muss hier! Was war's? Was war's? Sag doch, wenn ich dich jetzt schupse... Chill, 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 chill. Oh, ich bin gleich gestorben! Oh, ich bin gleich gestorben! Schlaggestich! Oh, wirklich! Hör auf, ich sterbe! Ah, hier waren wir schon! Hier waren wir! Ich kann meine 90's nicht kranken! Ich habe noch... Eine Erde! Sehst du diese Two-Layer? Uuuuhhhh... Ah, ich habe keinen... Wenig mal jetzt... Hier waren wir auch schon. Wir waren schon überall! Was mach' ich? Untuk, tut... Oh mein Gott! Oho wie soll wir das überall geben... Den Tou-Tut-iere Und wo kam DER auf einmal? Immer, immer. Warum mach ich irgendwas? Danke. Ich hab halt ehrlich gestorben. Ja, was ist denn? Wir gebaut doch da irgendwas. Ah, hier sind's einfach rum. Ah, hier, ne. Ich hab mein halbes Herz. Ich hab mein halbes Herz. Wir sind nicht so weit weg von unserer... Wir sind sogar groß, oder ne? Ja, toll. Und wie soll ich über den Berg ohne... ...ein halben... ...Kissnerku? Ja, das war halt die beste Dings. Aber auf jeden Fall. Das war mal wieder super.